Giovanni Galli ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler. Er spielte auf der Position des Torhüters. Karriere Galli begann seine Karriere mit der Saison 1977-78 in der Serie A bei der Fiorentina. In Florenz spielte er insgesamt neun Spielzeiten in einer für den Verein relativ erfolglosen Ära. Insgesamt wurde er beim AC Florenz 259 Mal eingesetzt. Zur Saison 1986-87 wechselte Galli zum AC Mailand, wo er in deren damaligem Ausnahmeteam unter Ari Gosaki die größten Erfolge seiner Laufbahn erzielte. Bereits in der folgenden Spielzeit wurde er mit Milan italienischer Meister und errang den italienischen Zupac ab. Den Höhepunkt bildete die folgende Saison 1988-89, in der er mit dem Verein in nur einer Spielzeit den italienischen Zupac ab, den Europapokal der Landesmeister, den europäischen Zupacup und den Weltpokal gewann. In der folgenden Spielzeit seiner letzten bei Milan folgten noch einmal der Gewinn des Landesmeisterpokals und des Weltpokals. Anschließend wechselte Giovanni Galli zur Saison 1991-91 zur SSC Neapel, wo er noch in derselben Spielzeit unter Alberto Bigon erneut die Supercoppa Italiana errang. Galli blieb noch zwei weitere, relativ erfolglose Spielzeiten bei Napoli. Die Saison 1993-94 sah ihn dann bei Torino Calzico, aber schon im nächsten Jahr wechselte er für zwei Spielzeiten nach Parma, wo er aber keinen Stammplatz mehr bekam und dahinter Luca Bucchi Ersatztorhüter war. An den gewonnenen Finals des UEFA-Pokals 1994-95 war er nicht aktiv beteiligt und in der Saison 1995-96 wurde er an Lucese in die Serie B ausgeliehen. Dort endete mit Ablauf der Spielzeit auch seine aktive Laufbahn. Galli wurde 19 Mal in der italienischen Nationalmannschaft eingesetzt. Er gehörte dem Weltmeisterkader Enzo Baazos von 1982 an, kam bei der WM jedoch nicht zum Einsatz. Vor und während der WM 1986 lieferte er sich einen erbitterten Machtkampf um die Position des ersten Torhüters mit Franco Tencredi. Dieser Machtkampf trug nach Meinung des ehemaligen, damals dritten italienischen Nationaltorhüters Walter Zenga nicht unwesentlich zur Schwächung der Squadra Asura und zu deren vorzeitigem Ausscheiden bei Sein Sohn Nikolo war ebenfalls Fußballspieler. Er kam 2001 bei einem Verkehrsunfall im Alter von 17 Jahren ums Leben. Erfolge Weltmeister Italienischer Meister Italienischer Supercup-Sieger Europa-Pokalsieger Der Landesmeister Weltpokalsieger UEFA-Supercup-Sieger UEFA-Pokalsieger 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 UEFA-Pokalsieger